Die Region Emilia-Romagna bietet perfekte Bedingungen für die Vorbereitung. Das Teamhotel ist ruhig gelegen und circa zwei Stunden vom Bologna entfernt. Das erste Pflichtspiel im Pokal steht bereits Mitte September an. Trotz der wenigen Zeit ist Alexander Strauß die Vorfreude in jeder Sekunde anzumerken. Der Trainerstuhl beim FC Bayern steht ihm auch schon ziemlich gut. Es war eine große Entscheidung, natürlich. Aber es gab immer eine Antwort, wenn die Möglichkeit kam. Bayern ist ein wirklich, wirklich großartiges Klub. Es hat mich für ein lange, lange Zeit eine ambition gemacht. Wenn ich es gut war, um eine große Liga, eine große Lande zu kommen, es war die größte Klubs, die ich für die größte Klubs bin. Bayern ist definitiv einer der größten Klubs in der Welt. Ich bin sehr stolz und ich bin sehr stolz und bin sehr stolz. Aber ich denke, dass ich auch etwas zu bringen, wenn ich hier komme. Ja, es war eine große Entscheidung, weil ich in einem Projekt nach Hause kam. Wir haben angefangen, es war ein wirklich guter Umgebung. Und viele Spieler, wir haben zusammengearbeitet. Und es war nie einfach einfach. Aber es war immer wieder so. weil ich hier auch so bin. Wo ist die Idee? REAL. Ich verstehe sie. Ich verstehe. Ich verstehe. Er hat schon intensive Einheiten hier, sehr, sehr guter Eindruck, sehr sympathisch. Er hat wirklich einen Plan und eine Ahnung von dem, was er machen möchte, von seinem Konzept. Er ist sehr anspruchsvoll, will gerade die ganze Mannschaft einfach mitnehmen in seine Überlegungen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gut, dass wir einfach uns selbst einfach jeden Tag fordern und fordern und einfach so die beste Version aus unserer Mannschaft machen. Im Trainingslager wird aber nicht nur der Körper vorbereitet. Auch der Kopf wird entlastet. Am Strand einfach mal die Seele baumeln lassen. Das Team-Event an der Adria ist vor allem für die Nationalspielerinnen ein gefühlter Tag Meerurlaub. Das Team-Event an der Adria ist vor allem für die Nationalspielerinnen einig. Oh, was das? Ah! Ah! Oh, shit! Ah! Ah, das ist das! Ich kann das. Ja. Okay, das ist das. So, das ist es. Da ist das. Da ist das. Du weißt, herbst du. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Georgia ist sicherlich ein Glücksfang für uns und sie wird sich unglaublich gut in diese Mannschaft einfügen. Sie ist ein sehr offener Typ und wird sicherlich in der Kabine den einen oder anderen zum Lachen bringen. Und sie ist eine tolle Persönlichkeit und sie macht extrem viel Spaß. Vor allem beim traditionellen Mannschaft singen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ist mit ihren erst 20 Jahren geboren für die große Bühne. No one, no one, no one! Am Ende des Trainingslagers wartet noch ein Highlight. Das Testspiel gegen den italienischen Erstligisten Sassuolo Calcio. Nach intensiven Trainingseinheiten wird das Team heute erstmals in einem Spiel gemeinsam auf dem Platz stehen. Das Wetter will aber erstmal nicht mitspielen. Es gewittert. Der Anpfiff wird um eine Dreiviertelstunde verschoben. Wie agiert Alexander Strauß an der Seitenlinie? Wir haben den Norweger verkabelt und sind so nah dran an der Coachingzone wie noch nie. Lina! 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 Sie machen viele Rotationen auf der Seite, dann musst du dein Winger in fronten, so du nicht mit zwei gegen einen. Okay? Great first game. Fun? Good. Well done. Fun? Yeah. Good. Alina! Oh, go, go! Nein! So many. So many chances we need to create first. Yep, yep, yep. Well done. Well done. Well done. Well done. Well done. Well done. Good. You enjoyed? Yeah, of course. The first goal is fantastic. That's already in the first or second game. The picture perfect of how we want the movement to do. Things happen at the same time. The speed on the ball. We penetrate lines. And we take the extra pass before we put it into the goal. Beautiful. Well done. Ciao. Cheers. In Italy is with the new entrants a unity together. The new season can come. And this team makes now very great fun. Happy UNIT to have fun. Mama 2 Plays if you are yending to catch your eye from coffee,